ProstPunk, der PostPunk-Podcast von Marc Tomei und Lars Schmidt. Wobei wir müssen mal sagen, also ich bin der Marc, ich bin der Lars. Bei uns bekommt die Geschichten aus der Welt des PostPunk zu hören. Aus unserer Liebe zu Punkrock, zu Elektromusik. Von Bands, Alben und Songs. Unsere Band heißt Machine de Beauvoir. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch unser musikalisches Universum. Zu unserer Jugend in den 80ern, als wir mit dem PostPunk-Virus infiziert wurden. Wie wir so musikalisch sozialisiert wurden. Und von dort wieder zurück in die Gegenwart. Diese Spacken gingen mir dann wirklich irgendwann tierisch auf den Sack. Hört zu und seid dabei, wenn wir bei einem Bier Erstmal hallo und Prost. Auf Entdeckungsreise gehen. Wow. ProstPunk, der PostPunk-Podcast. Auf Spotify und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Magst du auch nochmal ProstPunk? Ja, ProstPunk. Die Links zu den Podcast-Plattformen findet ihr in der Videobeschreibung.